hey leute was gedacht heute mal ein anderes video kein comedy kein vater klärt auf sondern etwas weihnachtliches und zwar wir haben mit einer gruppe von youtuber haben wir weihnachtsscheln gemacht ja und ich habe nina hinbezugt ihr kanal ist in der beschreibung und ich werde sie auch am ende noch mal als verlinken an in der endcard ja und dann könnt ihr auch sehen weil ich habe ja auch ein geschenk geschickt ob ihr mein geschenk gefallen hat und ja könnte mal gucken was ihr geschickt habe ich meine ich weiß ich habe selber noch nicht gesehen vielleicht seid ihr die ersten die sehen oder auch nicht und ich habe jetzt ihr paket bekommen richtig cool richtig groß ja und jetzt wachst du aus so dafür brauchen ein messer weil sie hat hier schön alles zuklingt ok ok ich bin eigentlich voll gespannt also ich habe ja eigentlich auch schon so coole sachen geschenkt ich hoffe jetzt auch gefallen ja sie macht beauty und sowas die macht beauty und das ding ist ich muss hier halt also wir mussten was kaufen und was wir zu hause haben schenken und dann noch was basteln ich habe auch was gebastelt als alles gemacht also das muss halt natürlich zu ihrem kanal passen weil sie macht der beauty und ja ich hoffe jetzt gefallen ihr könnt ihr mal dann halt danach später nachgucken was ich ihr geschenkt hat und bevor ich die ganze drum laber habe ich jetzt aus so und jetzt packen wir es mal richtig schön eingepackt richtig schön eingepackt einmal einmal hier einmal hier ok so ok so das sind drei geschenke wo richtig schön gepackt so hier steht eine 1 drauf 1 das gekaufte das ist gekaufte was sie mir gekauft hat damit du keine folge mehr verpasst ok was kann das sein es muss also irgendwas sein was mit meiner folge zu tun hat ok ich bin gespannt jetzt bin ich mal gespannt 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 okay okay warte ich hab's gleich 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 alter was nie los ich krieg's nicht auf matt ok warte gleich gleich eigentlich macht würde ich das jetzt so richtig schnell so aufmachen so richtig hektisch aber da es jetzt ein video ist muss ich jetzt mit viel gefühl und ja ihr wisst bescheid weihnachtswichtel ist am start und meine deutschkenntnisse gegen klats verloren aber was soll ich machen ich finde das toll was ist ein td spolchbop 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 joo wie geil ok die nächste zeit ihr hört nichts mehr von mir nix mehr ich bin weg ich bin weg von spolchbop ok an dieser stelle erst mal danke an nina himberroth woher wusste sie jetzt das spolchbop marken woher wusste sie es sie hat meine ganzen videos bestimmt geguckt sie weiß bescheid todos ugro okay so jetzt haben wir das gekaufte geschenken thy zwei war was gebraucht ist so hat sie geschrieben das gebrauchte 18 zeit vertroust wenn du geschenkt nummer eins durch hast einstein okay jetzt einstein schaub das heißt sie weiß dass ich physik studieren sie hat meine videos kommt ich habe mal in einer folge wo ich eure fragen beantwortet habt ihr wisst bescheid werden fragen mal gestellt habe ich doch mal so ein abo special gehabt und ob dann so beantwortet was mein lieblings film ist habe ich schon gesagt anscheinend hat sich geguckt und ja und das physik studiere und steht eigentlich zu ok bitte 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 wenn ich weiß dass es gerade ein buch ist es fühlt sich gerade so an aber bitte sei kein physik buch bitte kein physik alter ein gehirn jogging für erwachsene alter wie geil ist das denn wie geil leute 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 wie geil alter wie geil danke gehirn jogging richtig cool richtig cool ich liebe so ich liebe so rätselhefte ich habe früher immer mal links gemacht so diese sudokus habe ich immer gespielt und so rätsel so ihr kennt doch diese was in der praxis immer ist diese rätselhefte habe ich immer so ausgefüllt und früher als kind habe ich immer so diese rätselmagazine geholt und jetzt habe ich so ein rätselbuch beim halte ok spongebob wenn ich die serie durch habe erstmals buch und ich glaube ein jahr kommt kein video mehr von mir kein video ich bin jetzt schon weg mein spaß sind euer leben so und jetzt geschenk nummer drei das selbstgemachte so sehr was sie gestimmt nicht schön aber selten ab jetzt möchte es ist möchte ich es in jedem video sehen okay sie hat mir was gebastelt was ich jetzt in jedem video vor zeigen muss welche jetzt auch machen wenn naja wieso nicht und ja dann packen wir es mal auf ich glaube ich muss das hier ein bisschen kaputt machen oder warte mal vielleicht kriege ich auch hier das hier auf 8 krieg ich niemand ist voll oder ich krieg sie ja auch war ich bin es nicht auch okay wir sollten ist jetzt auch am besten hier so ja also auf jeden fall hat es voll spaß gemacht die geschenke auszupacken die die letzten 2 die ich eben ausgepackt habe und weihnachten ist gerettet hat voll spaß gemacht ich mache ich schrieb gerade so als wäre es wieder schon vorüber ist aber nicht und ja ich liebe geschenke ich liebe geschenke ich hoffe jetzt aufgefallen kommen jetzt habe ich keine ahnung wie die grad das video gedreht hat mit meinen geschenken auf aber die sagt so das ist scheiße was ist es denn und dann vorbei ich freue mich hier und die vielleicht auch keine ahnung was für dumme gedanken ich habe okay 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 so jetzt packen wir es aus alle gespannt oder was kaputt zu machen los geht's los wo bist du es ist luft leute es ist luft sie leute es ist hier aber ja wo bist du so bist du hey wo bist du denn ich blickse hund auf bogen messer okay es sieht jetzt was ich habe eben gedacht ich habe das so abschneiden hier ist das runter rausgekommen okay ich glaube ich ziehe oder darf ich ziehen es hängt fest okay ich glaube ich muss es ein bisschen vorsichtig aufmachen vorsichtig mann so also sie will es in jedem video sehen was ist denn alter wie geil das hat sie extra für mich gemacht wie schön okay bevor ich jetzt dumm frage das doch ein armband ja ist ein armband so das soll ich jetzt in jedem video zu anziehen ja kein thema ist schön das war bestimmt wirklich viel arbeit wie cool man was für schöne geschenke okay ich muss nur noch jetzt nur noch ich frage sie noch mal wie man das hilft wie man es findet bevor ich irgendwas mache und dann ein knoten rein machen aber ich denke ja das müsste so sein so wie cool okay bevor ich das anziehen ihr wisst bescheid die drei geschenke habe ich bekommen richtig cool richtig cool an dieser stelle noch mal danke an nina himmeroth ihr kanal findet ihr in der beschreibung und in der endcard ja das war eigentlich schon das war ja wie gesagt es war eine gruppe von youtube wenn ich verlinke euch einfach alle in der in der infobox die ganzen kanäle könnt ihr mal alle angucken was jeder jedem geschenkt hat dies und das ich habe ich habe gar nichts noch gar keine videos gesehen ich gucke mir ist auch später irgendwann an und ja das war schon also wenn ihr noch geschenke bekommt oder so ihr wisst bescheid geschenkt kommt vom herzen ja 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 jeg